Heiho, 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 heiho. Hallihallo, Lucio Sarkun hier in Minecraft. Ja, jetzt würdet ihr es nicht sehen und nicht an der Titelfolge wissen, aber ich sag's einfach mal, wir spielen heute Minecraft. So, und jetzt gucken wir mal kurz. Wollte ich nicht Bäumchen mitnehmen? Hä? Also es ist schon aussortiert alles mögliche. Dachte ich, hatte noch so im Kopf, dass ich einen Baum mitnehmen wollte. Brauche ich den jetzt? Ja, so ein bisschen Holz wäre schon immer nice. Ich weiß, ich habe ein bisschen was dabei. Habe ich die Baum-Sapplings echt nicht mitgenommen? Okay. Ich hatte im Hinterkopf, dass ich, ich weiß nicht, ob ich es das letzte Mal gesagt habe, aber ich wollte auch ein paar Bäume gleich bei der, unserer Mine. Werden wir heute die Mine bauen? Nein. Doch, doch. Wir gehen jetzt auch rüber. Ich erinnere mich, dass wir, nein, immer. Das ist die Renntaste. Das ist die Renntaste. Wir rennen jetzt da schnell rüber, ohne in irgendein Loch zu fallen. Das ist der Plan. Und ja, dann fangen wir doch mal wirklich an mit der Mine. Lange versprochen. Hallo einzelner Baum. Diesmal hier. Hast du mir diesen Wasserfall gefällt mir eigentlich schon echt gut? Ja, wir fangen jetzt bei heute aber wirklich an mit Graben, 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 Graben. Muss mal sein. Warum habe ich die Pickaxe nicht gleich ausgerüstet? Warum habe ich hier Körner dabei? Ein Rätsel. Ach, Moment. Nein, wir fangen nicht mit dem Graben an. Nö, nö. So, ich pflanze jetzt einfach mal hier so ein paar Bäume hin. Die Holz können wir bestimmt dann gebrauchen. Hier vielleicht noch. Und hier so. Und hier noch. Die passen nicht ganz in die Landschaft hier. Oder es wird unser eigener Wald. Wer weiß. Jo, dann graben wir mal. Ich würde sagen so. Und dann auch hier ein bisschen. Fertig. Nein, äh, Türe. Die setzen wir jetzt gleich mal ein, nicht, dass uns von hinten dann irgendwas überrascht. Äh. Weiß nicht. Nee, die, ich glaube, ich möchte die nach hinten versetzt haben. Weg damit. Weg damit. So. So. Ja, das gefällt mir irgendwie besser. Können wir ja jederzeit ändern. Können wir jederzeit ändern. Machen wir hier gleich. So. Machen wir erstmal hier ein bisschen Gang. Bin mir nicht sicher, ob ich... So. Auf jeden Fall machen wir jetzt einen Raum erstmal. Damit wir ein bisschen Platz haben. Oh, hier auch ein bisschen höher. Ach, wisst ihr was? Machen wir doch draußen gleich mal ein bisschen Beleuchtung hin. So. Dann ist es gleich ein bisschen heimelicher. Machen wir mal den da weg. So. Ja, so gefällt es mir schon ganz gut. Gut. Ja, dann kloppen wir mal. Nächsten zehn Folgen sind gesetzt, würde ich sagen. Ja, viele werden da wahrscheinlich immer noch sagen, warum fängst du da oben an? Ich weiß es eigentlich auch nicht. So, hole ich nochmal noch ein bisschen in die Breite quasi. Kann man ja jederzeit auch noch breiter machen. Aber erstmal ein bisschen Platz hier, sonst hat man ja hier Platzangst. Ja, mittlerweile geht es mir eigentlich richtig gut. Ich gucke bloß mich gerade ein bisschen um. Gut, dass das alles so schön automatisch funktioniert. Also ich habe mich ja hier an meinem Schreibtisch umgeguckt. Und ja, ich habe zumindest eine Kleinigkeit zu trinken. Und schon läuft mir das Wasser im Mund zusammen, warum auch immer. Ja, ich habe euch ja schon letztes Mal erzählt von Corona und mit Essen und nicht essen können. Na gut, essen konnte ich eigentlich immer. Aber dass das alles nicht so geschmeckt hat, ist schon geil, jetzt wieder das Essen zu schmecken. Und vor allem aktuell habe ich euch erzählt, dass ich quasi Diäte. So, wir bauen jetzt erstmal eine kleine Bank, eine Werkbank. Die brauchen wir bestimmt. Und da ist es halt doppelt Mist, wenn man dann nichts schmecken kann, weil... Ja, also man isst sowieso schon wenig, hat Hunger und dann ist das nicht mal geil, was man isst. Ich glaube, so beschreibe ich es am besten. So, da stopfen wir doch gleich mal das Fleisch rein, damit wir später was essen können. Denn wer arbeitet, muss auch essen. So, und dann machen wir uns gleich mal ein Bettchen. Boah, bin ich gut. Ich alles hier, Rezepte fliegen. Schön weiß hier im dunklen Loch. Jetzt stellen wir mal... Warum geht das nicht? So, nein, so wollte ich das aber nicht. Wisst ihr, da wäre so eine Vorschau geil, wie man das gerade platziert. So, ja. Ja, ist okay. Vielleicht sollten wir dann mal noch irgendein Ausguckfenster machen, weil so haben wir wieder das gleiche Problem wie vorher. Guck mal, das sieht ja interessant aus hier in der Mitte. Ja, mal schauen. Jetzt machen wir es erst mal so. Jetzt haben wir hier unser kleines Bettchen. Wir haben hier ein Ding. Für eine Kiste haben wir nicht genug Holz. Kann man eigentlich die Dinger wieder zusammenbauen zu einem? Nein, das geht natürlich nicht. Also man kann es baulich machen. Ist schon ein Baum gewachsen? Nö. Gut, dass wir auch Holz haben. So. Ja, dann graben wir uns mal nach unten, würde ich sagen, oder? Ich weiß gar nicht, wie hoch sind wir. Schaffe ich es diesmal ohne Screenshot? Ja. Wo ist die Position? Ich glaube, bei Block, oder? Ah ja, doch, Block. Block, das ist da... Wenn ihr auf der linken Seite guckt, da ist ja diese Leerzeile und dann kommt XYZ und danach kommt Block. Genau. Okay, wir sind hier auf 74. Ich weiß gar nicht, wie tief muss man denn gehen, um... um was Sinnvolles zu finden. So, wir machen mal hier... Oh, ich sehe den Raum. Habe ich nicht symmetrisch gemacht. Nee. 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 Naja, nicht so schlimm. Fangen wir erst mal so an. Habe ich eigentlich Stecken dabei? Ja, ich habe ein paar Stecken dabei. Ja, ich würde sagen, wir... Hm. Okay, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Also. Apropos. Bist du schon fertig mit Kochen? Ja, super. Hm, lecker, lecker. Lecker Schnitzel. Und schon juckt es an der Nase. Ja, also ein bisschen nach hinten können wir schon. Bin mir auch noch nicht so sicher, wie ich das dann hier alles gestalte. Oder ob wir die Wände da mal wieder zumachen. Quasi nur so einen Tunnel nach unten machen. Ja, so eine klassische Mine wird es nicht, würde ich sagen, wenn man hier schon so einen schönen Vorraum hat. Ja, machen wir ruhig hier auch gleich so eine Vertiefung rein. Hm, vielleicht sollten wir ein paar Treppen machen. Räuchten wir jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt sofort, aber was soll der Geiz hier? Bäm, 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 bäm. So, 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 so. Ja, dann haben wir doch erst mal ein paar. Ja, und dann graben wir uns mal nach unten. Ja, ich meine, mit einer Leiter könnte man das bestimmt effizienter machen. Hm, das gefällt mir nicht so. Nein, haben wir nicht noch eine? Nö, müssen wir erst eine basteln. Äh, nein, da haben wir keinen Platz für eine Dings. So, es sei denn, dass die Bäume dann da draußen wachsen. Ach, können wir da nicht einfach klicky-klicky machen? Nein? Ja, okay. So, jetzt haben wir erst mal ein paar. Was passiert mit dem Zeug? Haben wir das automatisch eingesammelt? Ja, anscheinend. Ja, dann graben wir uns doch einfach mal nach unten. Also, auf der Ebene haben wir 1, 2, 3. Das heißt, wir machen jetzt einfach immer weiter. Genau, dann haben wir auf jeder Ebene 3. Wo ist denn das jetzt plötzlich 4? Oh Gott, ich bin immer so schlecht in solchen Abschätzen. Ist doch eigentlich egal. Wir können ja einfach hier so anfangen. So, genau. Machen wir einfach so stufenweise immer runter. Ist wahrscheinlich nicht das Effizienteste. Aber ich bin ja auch nicht für Effizienz bekannt. Oh, es ist schon dunkel draußen. Okay. Interessiert uns jetzt aber nicht. Machen wir schon mal ein bisschen Treppe. Oh, sehr schlau. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Gut. Irgendwie sieht das ein bisschen publig aus. Warum fange ich jetzt schon an, hier drüber zu überlegen, wie man das besser gestalten könnte? Ich weiß es nicht. Weil es Spaß macht, würde ich sagen. So. Ich habe hier so die Idee, hier könnten wir doch so die... Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. So nicht. So habe ich mir das nicht vorgestellt. So habe ich mir das vorgestellt, genau. Ja, es sieht doch eigentlich ganz nice aus, ha? Ja, ein bisschen muss das Auge mit sehen hier und mit erleben. Ja, und dann graben wir uns hier mal runter, ne? Ja, wie gesagt, ich habe ja kurz das Abnehmen erwähnt. Ja, deswegen bin ich schon froh, dass das, was ich wenigstens esse, die wenigen Sachen, die ich esse, dass die jetzt auch wieder schmecken. Ah, können wir ja nicht rausspringen. Nein, 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 so. Ja, doch, das gefällt mir schon ganz gut. Jetzt ist die Frage, machen wir Vertiefungen für die Fackeln? Ja, ne? Die Frage ist, machen wir das schön geplant oder einfach so, wie es uns passt? Also eins, zwei, drei, vier. Vier sind wir jetzt tief. Würde ich sagen, vielleicht jetzt noch eins runter. Und dann ist sowieso recht duscht da. Nein, das wollte ich nicht. Ich will hier die Stufe drin haben. Kriegt man eigentlich glatte Steine? Muss man da eine spezielle Pickaxe haben? Also eine verzauberte oder geht das auch so? So, so. Ja, und dann machen wir... Hör mal, eins, zwei, drei, hätten wir vier. Ja, genau. Ne, das ist mir zu nah an der Decke. Machen wir es einfach mal da rein, das Loch. Für die Fackel. Ja, doch, das gefällt mir schon ganz gut. Aber dann machen wir es auch schön symmetrisch. Einmal da. Und einmal da. Ja, muss alles so ein bisschen seine Ordnung haben. Und wie weit sind wir jetzt? Eins, zwei, drei... Das ist bloß vier. Ich dachte, ich habe fünf vorhin gezählt. Na gut. Und weiter geht's mit dem Graben, Graben, Graben. So. Vielleicht finden wir ja gleich was. Bäm, 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 bäm. Bäm, 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 bäm. Puh, ich habe mich gerade erschreckt, weil ich kurz auf das Aufnahmetour rüber geguckt habe und nicht den Aufnahmestatus gesehen habe und gedacht habe, oh nein, hast du jetzt den Aufnahme nicht gedrückt? Huch, das wollte ich nicht. Aber ist egal, wir tun jetzt sowieso die Treppe drüber. So, so, so. Und ich höre schon wieder Geräusche. Sind da schon wieder... Ah, Gott. Creeper unterwegs. Klingt eher nach Spinne. Die Frage, ist hier drin oder ist es hier draußen? Können ja gut auch eine Höhle hier irgendwo haben. Ja, das gefällt mir... Oh, das sieht doch gut aus. Komm, hier machen wir auch noch so zwei schicke Fackeln hin. Bäm, bäm. Äh, äh, ich traue mich nicht. Ach, seht ihr, wir hätten eigentlich noch die Felder auch noch mit Fackeln besetzen können. Das mache ich jetzt gleich mal, weil sonst vergesse ich das. Respawn Point Set. So, aufgewacht. Ich hoffe, dass da jetzt gerade nicht irgendwas ist, was uns alles kaputt macht. Na gut, das ist eine Spinne. Oh, und ein Baum gespawnt. Na dann. Dann können wir ja gleich mal. Nein, das ist das Schleichen irgendwie... Ja, das ist... Ich weiß, man kann die Tasten belegen, wie man will, aber... Ist irgendwie komisch, die Shift-Taste da zu haben, wo... So. Oh, guck mal, das ist ja schon gut gewachsen. Ja, sehr nice. Ja, und ihr freut euch des Lebens. Bald werdet, gibt's Geschlachti. Aha. Ja, das ernten wir jetzt nicht, weil sonst brauche ich hier bloß ewig. Wir wollen ja noch ein bisschen graben. Vorankommen. Da oben sitzt auch eine Spinne. Zäh. Ja, ja, lauf da weg. Komm, lass mich schön in Ruhe. Den fallen wir gleich mal. Dann haben wir gleich ein bisschen Holz. Lohnt sich schon mal. Dann können wir nämlich mal noch eine Truhe bauen. Das ist nämlich das, was, finde ich, ein bisschen fehlt. So, wenn die Blätter despawned haben, können wir die dann auch wieder reinholen. So, ähm... Achso, ich möchte mal kurz gucken. So, mal kurz nachschauen. Ich würde gern wissen, was ist das? Pressure Plate, Heavy Weighted. Okay. Oh, Pressure Plate kann man nicht aus Holz auch, äh, aus Stein. Das da, oder? Nein, das ist ein Teppich. Okay, beschäftige ich mich später. Das ist jetzt nicht so wichtig. Was wollte ich denn jetzt gerade machen? Äh... Ja, wir können das Hühnchen auf jeden Fall braten. Das ist schon mal ein guter Plan. Und... Irgendwas wollte ich jetzt. Was wollte ich denn? Ach, ich wollte Bretter machen, ne? Ja. Vielleicht gleich mal eine Kiste. Solange wir das Material haben und ich es nicht für irgendwas anderes verschwendet habe. Hier müssen wir... Kiste, Kiste, Kiste. Was bist du? Ein Fass. Was macht man mit einem Fass? Ah, es gibt schon wieder so viele neue Sachen. So. Sehr gut. Ah, vielleicht gleich mal was Mampfi-Mampfi. Ja, erst mal ein Brot. Ein Frühstücksbrot. Kann man eigentlich auch Marmelade machen. So. Dann klopfen wir mal. Hiho, hiho. Jetzt sind wir alle froh. Dum, 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 dum. Wie geht denn dieses Lied eigentlich? Das ist auch wieder so ein typisch Kindheitlied. So wie Gummibären hüpfen hier und da. Das sind die Gummibären. Und weiter weiß ich das Lied auch nicht. Aber das interessiert mich jetzt mal. Moment, wir gucken mal kurz nach. Ich google mal schnell. Okay, google. Schneewittchen, hiho, ja. Moment. Nein, das klappt bei mir nicht. Ich muss tippen. Schneewittchen, klar. Hiho, wie schreibt man das eigentlich? Einfach nur hiho, wie man es spricht? Ja, ich glaube schon. Oh, das ist viel Text. Moment. Vollständiger Text. Oh. Okay, ich probiere das mal, während ich hier baue. Das klappt bestimmt. Ich muss es bloß irgendwo hinlegen, wo ich es auch sehe. Dann müssen wir wohl einhändig hier rumhacken. Wir haben ja ein bisschen Reichweite, zum Glück. Okay, ich kann das nicht. Ich muss, ich kann nicht gleichzeitig das und das. Okay, wir rackern und wir plagen uns, den lieben langen Tag. Wir graben, hacken, pausenlos. So geht es Schlag auf Schlag. Das machen wir doch gleich mal ein bisschen Schlag auf Schlag. Ist das eigentlich schon zu dunkel? Ähm. Es ist kein Trick mit viel Geschick und noch mehr Pick, Pick. Da macht jeder mal sein Glück. Jeder Zwerg, jeder Zwerg, in dem Berg, in dem Berg, in dem Diamantenwerk. Fortsetzung folgt gleich. Ich muss nur kurz einen Schritt weiter runter gehen. Schon wieder so duschda. Dann müssen wir ja mal kurz hier, ähm. Bing, 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 bing. Wie weit haben wir das jetzt runter? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, Moment, war das das fürd? Eins, zwei, drei, leer quasi. Eins, zwei, drei. Also hier. In welcher Höhe? Äh, so, ne? Genau, ja. Ja, ja, ja. Eigentlich so wurscht. Oh, warum habe ich die Fackeln hier weggedacht? Das ist der Vorteil, weil bei so YouTube-Videos, ihr könnt euch überhaupt nicht werden. Ich weiß gar nicht mehr, wo war ich denn? Wir rackern und so weiter. Wir graben Diamanten aus und Rubinen. Okay, aber jetzt können wir mal. Heiho, heiho, heiho. Hei ho. Hei ho, hei ho. Wir sind vergnügt und froh. Hei ho, hei ho. Hei ho. Wir sind vergnügt und froh. Hei ho. Hei ho. Hei ho. Hei ho. Ey, Alter, da kommen ganz schön viele Heihos. Hei ho, hei ho. Wir sind jetzt alle froh. Und der Text ist schon wieder falsch. Aber es ist egal, denn ich mach jetzt lieber mal hier weiter. Hei ho, hei ho. Wir sind jetzt alle froh. Wir graben hier und suchen nach Diamanten. Die wir auch gar nicht finden. So, so, so. Dumm, 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 dumm. Okay, genug euch gequält. Bin ich nicht ein toller Sänger. Eins, zwei, drei. Das heißt, hier wollen wir dann wieder eine Fackel setzen. Ja, ich bin da so ein bisschen hier. Der muss schon hier alles seine Ordnung haben. Ich glaube, der Abstand ist echt ein bisschen klein. Eins, zwei, drei. Das heißt, hier ist er wieder. Aber die Höhe kriege ich schon noch hin. Bäm, 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 bäm. Bums. Und ab, die Spitzhocke. Haben wir schon ein paar verhackt. Weniger labern, mehr graben. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Wie oft zähle ich das noch? Ist mir einerlei. So, dann machen wir hier wieder eins rein. damit wir schön hell haben damit wir die diamanten auch glützern sehen ich sehe schon eigentlich ist der abstand total doof wenn man seitengänge bauen will wie tief sind wir denn eigentlich mittlerweile 62 ich sollte mich sollte mal nachgucken was eine sinnvolle tiefe ist so jetzt graben wir uns aber einfach mal hier noch ein bisschen vielleicht weiß also warum ich sage wegen sinnvoller tiefe dass wir vielleicht auch mal woanders uns hinzweigen oder ist kohle 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 jetzt sind wir aber froh das sieht doch schon ganz cool aus also da ist auf jeden fall kohle 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 so ja ist sehr schön nicht so schön na die holen wir uns doch gleich mal so 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 klingling kohle 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 überhaupt noch platz ja wir haben noch mega platz hier haben wir mal hier eine fackel hin damit wir ein bisschen was sehen wir haben immer ein bisschen kohle gefunden nicht schlecht nicht schlechter specht hoch da ist ein komisches geräusch ula zu lapi heißt das doch oder so was ist das oh ein neues rezept kann man damit schon wieder machen nehmen wir alles mit so was bist du bist du leben oder erde schaufel 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 ist da wozu brauchen wir die baum pflanze ok das ist wohl doch ein gesteiner rezept anlockt was bist du granit was gibt es denn alles für steinarten ist ja krass ok sehr interessant ok da sind da dann gucken wir mal nach den rezepten kurz das will ich jetzt schon aha ok wir können einen blog daraus machen und farbe blaue farbe das ist doch cool dann können wir eines der schäfchen blau machen okay da wäre noch cool wenn man irgendwie neue sachen anzeigen okay gab es für granit eigentlich auch neue rezepte ach ich wollte doch noch ein schild wollte ich auch mal machen was braucht man das könnte ich eigentlich bauen polished gar nicht was okay ja ist halt hübsches material ach daraus kann man auch treppen machen das ist ja cool ja letztlich ist es halt ein anderer blocker ist baum hat ja nichts besonderes aber cool ach da kann man auch ein block daraus machen okay wo ein kuchen können wir auch machen zucker wo kriegen wir den zucker herzuckerrohr ein kalau drin was macht man damit ein soul campfire ok kerzen ja klar mhm feuerwerk ja cool ja ich bin hier gerade voll ein hopper ach das sind diese diese automatischen sammler ne ich sehe schon muss ich mich mal ein bisschen beschäftigen mit das noch filter okay blöcke ja okay es ist ein block es ist ein ein hoch ein hübscher block den man in einer anderen farbe machen kann ja finde ich aber ganz cool dann kann man bestimmt was gestalten und es schon wieder dusch da jo dann würde ich mal sagen lasst doch ein däumchen hoch wenn ich hier noch mich ein bisschen auch informieren soll was man denn da alles tun kann das hündchen immer mal raus haben immer noch irgendwas zum kochen nö das war es jetzt erst mal aber wir sind gut versorgt wir sind erst mal versorgt mit essen und allem was wir brauchen in unserem heimlichen hüttchen ok da müssen wir noch einiges graben ok däumchen hoch abo und so weiter ihr wisst ja ihr wisst ja damit ihr nichts neues verpasst habe ich heute gar nicht über mein abnehmen geredet da rede ich doch immer so gern drüber wer ja egal bis zum nächsten mal bei bei heižö heižö heiho 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 wir sind jetzt alle froh dun 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 da du 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 hoffentlich werde ich deswegen nicht gefleckt weil ich so gut singe heiho heiho wir sind vergnügt und froh heiho 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 sind vergnügt und froh und so weiter und so fort. Also, das ging jetzt schon wieder viel zu lange. Auf Wiedersehen. Bye, bye.